Hallo ihr Lieben, heute machen wir wieder was mit Epoxy-Tarts und ich kann schon vorwegnehmen, ich finde das Ergebnis mega. Also dementsprechend fangen wir einfach an mit den Basics nochmal und also gerade was das Epoxy-Tarts betrifft. Ich weiß, dass ganz viele sich dem jetzt gerade so ein bisschen widmen oder auch schon länger und viele sich gar nicht damit auseinandersetzen, was denn da so passiert beziehungsweise auf was man achten sollte. Deswegen einfach immer so ein bisschen Basics beim ersten Mal mischen, nehme ich euch da einfach ein bisschen mit. Ich nutze immer Resinen vor Dekor. Da gibt es unterschiedliche Sorten. Ich nehme meistens die Optimum Viskosität. Viskosität gibt es eben halt ein bisschen flüssiger, ein bisschen dickflüssiger und ich nutze halt gerne das, was ein bisschen flüssiger ist, aufgrund dessen, weil ich einfach das für mich am besten zum Verarbeiten finde. Das Dickflüssige wäre mich schon ein bisschen verfolgt. Ich habe ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Kraft in den Händen und dementsprechend habe ich dann immer so ein bisschen, dass mir das sehr, sehr schwer fällt. Ich merke, dass ich halt nicht richtig rühre und das Rühren ist halt, also das Vermischen der zwei Komponenten, nämlich dem Harz und dem Hertha, ist halt ein unglaublich wichtiger Prozess. Ihr habt ja gesehen, das war jetzt erst sehr klar, dann als ich angefangen habe jetzt zu mischen, war es dann so ein bisschen milchig. Ich habe es übrigens alles ein bisschen speedy, ein bisschen schneller gemacht und genau und je länger und gründlicher man rührt, umso besser wird es dann auch wieder klar und wenn es klar ist, dann darf man es verarbeiten. Ich habe diesmal einen kleinen Schluck Plus gemacht, weil ich was Besonderes vorhabe. Aber zu den Basics noch weiter. Handschuhe sind sehr wichtig. In der Regel, wenn es jetzt nicht ganz so warm ist, trage ich auch langärmlich. Das habe ich jetzt aber weggelassen, weil es wirklich warm war und jetzt ist dann einfach dann noch wichtig, eine Maske zu tragen. Ich habe es manchmal, wenn es bloß ganz kurz ist, meistens dann das Fenster ganz weit offen, gerade im Winter und dann funktioniert es für mich ganz gut. Das ist aber jedem seine Eigenverantwortung. Ich weise nur darauf hin, es sollte eine Maske getragen werden. Und genau, also dementsprechend. Und jetzt seht ihr hier schon, ich habe so eine viereckige Form. Die ist ein bisschen größer als ein normaler Untersetzer, sage ich jetzt mal. Und ich hatte mir überlegt, ich mache etwas mit Luftpolsterfolie. Ich mag das sehr. Ich mag jetzt die Luftpolsterfolie sowieso ganz gern. Ich knacke da auch immer gerne mal dran rum und habe mir jetzt so ein viereckiges Stückchen ausgeschnitten und dann wird das Ganze weiterverarbeitet. Ich lasse euch da noch so ein bisschen zugucken. Und ja, was gibt es noch bei Epoxida zu beachten? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Harz einzufärben. Es gibt Mika-Pulver, es gibt Pasten, es gibt Alkoholingfarben, es gibt mittlerweile auch flüssige Farben. Ich habe auch noch transparente Farben, die dann ein bisschen das Ganze durchschimmern lassen. Und ist halt alles so ein bisschen vielfältiger geworden, was natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet ist, weil es einfach einen gewissen Hype einfach auch hat. Ja, und jetzt gieße ich mal ein bisschen Epoxid-Tarts erstmal nach unten rein, sodass einfach alles ein bisschen bedeckt ist. Ich habe noch so ein bisschen geguckt, dass Staub weg ist und ähnliches. Da immer so ein bisschen schauen. Ich weiß, viele sind da viel akribischer als ich. Ich mache es halt, wie gesagt, für mich ja auch wirklich nur just for fun. Ich mache es auch nicht so oft mit Epoxid-Tarts, deswegen relativ entspannt für mich dann auch. Und genau, aber wie gesagt, so eine kleine Schicht habe ich dann gemacht. Und dann packe ich die Luftpolsterfolie, also da, wo die Huckel sind, nach unten und drücke sie halt rein und lasse das Ganze dann trocknen. Ich habe circa sechs Stunden gewartet, weil es relativ gut und schnell auch fest geworden ist. Da so ein bisschen vom Gefühl her so ein bisschen schauen, ist es dann jetzt schon stabil genug, dass man dann die Luftpolsterfolie rausnehmen kann. Ich kann schon vorwegnehmen, ich habe leider vergessen mitzufilmen, wie ich die Luftpolsterfolie rausnehme. Aber ich finde diesmal, weil ich es wirklich nicht komplett habe durchhärten lassen, weil normalerweise wären es 24 Stunden, habe ich das, glaube ich, ganz gut rausbekommen. Ich habe zwei Stellen, wo so ein bisschen irgendwie die Luftpolsterfolie nicht hingekommen ist. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Also das ist natürlich dann schade. Aber gut, das war dann eben dem so ein bisschen geschuldet. Ja, ansonsten habe ich jetzt Chameleon-Farben genommen. Ganz viele unterschiedliche. Und habe da immer so, also nicht wie so ein Regenbogen, weil dafür sind es einfach zu wenige Farben, beziehungsweise nicht regenbogenmäßige Farben. Aber dadurch da die Chameleon-Farben so unglaublich schönen Schimmer auch machen, habe ich dann eben alle einfach mal ausprobiert, weil ich einfach auch schauen wollte, wie funktioniert, wie sieht es aus. Und wie gesagt, ich liebe sie sehr. Also sie sind für mich so eine Bereicherung einfach auch geworden, weil die so einen tollen Farbschimmer haben, dass ich einfach nicht mehr darauf verzichten möchte. Und das diesmal auch wirklich sehr, sehr schön geworden ist. Und ich habe auch schon Male gehabt, wo irgendwie die Chameleon-Farben zu viel drin waren. Diesmal habe ich, glaube ich, eine gute Mischung erwischt, dass mir nicht zu viel Pulver reingekommen ist. Und ja, so habe ich es dann jetzt erstmal ein Stückchen gemacht und jede Farbe ein wenig reingemacht. Genau, bei Epoxidharz müsst ihr schauen, wenn ihr da unterschiedliche Harze, also es gibt ja ganz viele Firmen auch, und da immer auf die Beschreibung schauen, wie lange braucht ihr, um das Ganze aushärten zu lassen, aber eben auch, wie lange ist die Verarbeitungszeit. Ich habe beim Resin vor Dekor in der Regel nutze ich immer eine halbe Stunde. Deswegen mische ich auch nicht ganz so viel immer an, was dementsprechend auch ganz gut funktioniert. In der Beschreibung stand, soweit ich mich daran erinnern kann, auch eine Dreiviertelstunde. Irgendwann bekommt man auch ein Gefühl, wenn man gerade beim Gießen ist, wie weit ist das schon. Und dadurch, ich habe ja zum Beispiel von der Stephanie Etter auch das Rapido. Und dieses ist so ein besonderes Harz, nämlich was sehr, sehr, sehr schnell aushärtet. Und das hat auch so ein Megaspaß gemacht, aber da muss man so schnell sein und so dolle aufpassen, dass man da das gut hinbekommt. Wenn ich daran denke, versuche ich euch das nochmal zu verlinken, das Video, weil ich das wirklich so mega finde. Ich werde es auch nochmal machen. Ich überlege bloß gerade, wie man es so schön macht. Ich habe da nämlich eine Tasse gemacht, wo ich den Kaffee und die Milch reinschütte. Und das härtet sich dann aus beim Schütten. Also das bleibt dann so stehen. Und das fand ich so, so, so mega. Also das ist einfach mal was Besonderes, was man so sonst nicht immer hat. Und vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Vielleicht, keine Ahnung, ein Cocktail oder weiß ich nicht, vielleicht eine Gießkanne oder irgendwas, die dann irgendwie in eine Blume reinkommt. Und ja, also dementsprechend gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Epoxidharz ist einfach so vielfältig geworden jetzt. Also seitdem ich das, ich mache es glaube ich seit Ende 2020, habe ich mich angefangen damit auseinanderzusetzen. Und es ist einfach so schön vielfältig jetzt geworden. So viele Ideen, die einfach auch durch ganz vielen YouTuber einfach auch gekommen sind. Und jeder hat einfach ein ganz anderes Gefühl dann dafür. Und kann einfach nur sagen, mega. Und ja. Ja, das sind so ein bisschen so die Basics. Falls ihr irgendwie konkrete Fragen habt, sagt gerne Bescheid, schreibt mir die in die Kommentare. Falls ihr irgendwie gerne was wollt, was ich noch ausprobieren soll, sagt mir auch gerne Bescheid. Ich habe jetzt schon eins noch im Hinterkopf. Ich weiß, das sage ich öfter. Ich hoffe, der, diejenige weiß das noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ich werde demnächst nämlich nochmal Blumen trocknen und dann schauen, wie ich die anders nochmal im Epoxidharz verewigen kann. Ich muss bloß so, wie ich es machen möchte, gerne nochmal eine neue Blume trocknen, damit ich einfach mehr Stängel habe. Und dementsprechend werde ich da nochmal schauen. Ich habe jetzt auch ein paar andere Sachen noch im Hinterkopf und werde die natürlich ausprobieren. Ich freue mich da einfach auch immer sehr drauf, wenn ich da so ein bisschen meine Ideen auch ausleben darf. Und ja, ja, hier habe ich jetzt, bin ich jetzt so fertig mit dem Einpinseln, mit den Farben. Also ich habe wirklich nur diese Pulver auf dem Epoxidharz verteilt, weil jetzt gieße ich nämlich nochmal neu bzw. anders. Das heißt, bei dem Mischen nehme ich euch übrigens jetzt nicht mehr mit, aufgrund dessen, weil das einfach zweimal vermischen, glaube ich, macht einfach keinen Sinn und dementsprechend. Ja, hier kommt immer meine typische Mülltüte, die ich immer als Unterlage nehme. Ich nutze die ja immer gefühlt von allen Seiten und davon 20.000 Mal. Also nicht wundern, wenn das da immer so ein bisschen schmutzig aussieht, die Tüte. Das ist einfach dem geschuldet, weil ich da wirklich schaue, dass es nachhaltig ist und dann das Ganze einfach so ein bisschen besser nutze. Das ist wie die ganzen Becher, die man braucht. Becher, was zum Umrühren. Das sind einfach Sachen, die kann man ganz, ganz oft nehmen. Gerade auch die Becher, die kann man dann wirklich einfach nochmal trocknen lassen, also durchhärten lassen. Dann kann man die einfach nochmal nehmen. Ich nutze die bestimmt fünf, sechs, sieben Mal, bis sie mir dann irgendwann doch irgendwie das Ganze nicht mehr so richtig für mich passt. Aber ähnlich eben mit den Holzstäbchen. Ich nutze ja total gerne die Plastikbecher. Gerade die durchsichtigen nutze ich zum direkten Anmischen, weil ich da einfach viel, viel besser sehe, ob das Ganze schon durchsichtig ist und beziehungsweise transparent wieder ist. Und dadurch habe ich da dann so ein bisschen eher die Plastikbecherdiesel leider demnächst ja irgendwann. Ich finde wahrscheinlich dann keine mehr. Es werden ja nur noch die Becher verkauft, die schon produziert wurden. Es wurde ja nichts mehr Neues gemacht. Es sind jetzt nur noch Pappbecher. Aber ich nutze sie, solange ich sie noch habe. Und ja, ihr seht da, ich habe also angemischt. Ich nutze dann nochmal vier Farben. Das eine ist ein schwarz und das andere sind so eine Chameleonfarben nochmal. Und das schwarz habe ich einfach gemacht, damit die Chameleonfarben so ein bisschen besser zur Geltung kommen. Was ich, wie gesagt, ihr müsst sie euch gönnen. Egal von welcher Firma, das ist komplett egal. Ich habe sie mir bei dem großen A gekauft. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt so viele Firmen, die auch Chameleonfarben mittlerweile haben. Ich werde mir wahrscheinlich auch nochmal Neonfarben holen. Ich habe zwar noch so eine im Dunkeln schimmernden. Ich habe auch noch Farben, die verfärben sich mit der Wärme. Und die habe ich aber bisher noch nicht ganz so ausprobiert, wie ich es gerne möchte. Die im Dunkeln leuchten, da habe ich den Dreh noch nicht komplett raus. Da habe ich schon ein, zwei Mal probiert. Aber so richtig, wie gesagt, hat es noch nicht komplett funktioniert. Aber ich werde es weiter probieren. Und dementsprechend, es wird ja auch wieder Weihnachten kommen. Da werde ich mich bestimmt auch wieder austoben. Und ja, dementsprechend wird es, glaube ich, nochmal spannend, dann hier eben einfach auf dem Kanal, wenn ihr so ein paar Sachen sehen wollt, die einfach neu sind und einfach mal ausprobieren. Ja, ich nehme übrigens auch total gerne die kleinen Pappbecher dann fürs Gießen, damit ich da nicht zu viel irgendwo reinmische und ich da einfach viel, viel flexibler bin und zum Beispiel auch verschiedene Farben nehme. Also dementsprechend, aber da ist jeder unterschiedlich. Jeder hat so ein bisschen sein Gefühl für. Viele nutzen sowieso die Pappbecher sehr, sehr gerne, weil sie damit flexibler zum Beispiel auch das Ganze zusammendrücken können und damit gießen können, detaillierter und dadurch, wie gesagt, aber da werdet ihr über die Zeit auch euer Gefühl für bekommen. Wie gesagt, ich habe jetzt, sind jetzt drei Jahre, nicht ganz drei Jahre, glaube ich, 21, 22, 23, also fast drei Jahre, wo ich es jetzt einfach ausprobiere. Wie gesagt, ich bin kein Profi, ich mache, ich teste mich dadurch, ich versuche Dinge, bin da einfach auch bei manchen Dingen, die sehen einfach nicht so aus, wie ich es möchte. Das ist dann aber auch okay. Wie gesagt, das ist ein Hobby und man probiert sich einfach mal durch. Und ja. Auch bei den Mika Farben so ein bisschen schauen, also überhaupt bei den Farben, bei den Pulver Farben immer schauen, dass da nicht zu viel drin ist, weil ansonsten lösen die sich oder vermengen sich nicht so richtig konkret und dementsprechend also so ein bisschen schauen, was dann für euch am besten ist. Und wie gesagt, ich nutze mal in der Regel für diese Bechergröße halt so eine kleine Ecke von so einem dünnen Spatel und damit funktioniert es eigentlich ganz gut. Manchmal, wenn ich nochmal nachgießen muss, also wenn ich nochmal ein bisschen was nachmische, dann habe ich halt eben, dass ich manchmal die Menge, die noch drin ist vom Rest, reicht manchmal auch dann zum Nachmischen und also dadurch macht das ganz entspannt, probiert euch aus, guckt, wie die Farbe aussieht. Aber letztendlich, wenn man mehrere Farben zusammen mischt, das Epoxid hat, hat seinen eigenen Zauber und entscheidet, wie es dann am besten aussieht. Ja, hier habe ich jetzt dann das Durchsichtige noch mit drauf gemacht, den Rest, damit einfach schon so ein bisschen auch das Ganze bedeckt ist und danach kommen die ganzen Farben noch oben drauf. Übrigens zu meinem Kanal, während ich jetzt so gieße, lasst euch also nicht irritieren. Genau, ich lade ja in der Regel immer sonntags um zwölf mein Bastelvideo hoch. Wie gesagt, wegen Sommerpause muss ich eventuell nochmal schauen, ob ich einfach mal ein Video auslasse, muss ich nochmal gucken. Und genau, aber ansonsten immer sonntags um zwölf das Bastelvideo, um 16 Uhr kommt ein Musikvideo. Das sind unterschiedlich. Mal sind es eben schon ältere Videos, wo ich dann halt nur noch die einzelnen Lieder hochlade. Oder das sind halt, keine Ahnung, neue Konzerte, wenn ich freitags oder samstags mal weg bin und nicht sofort zum Beispiel am Sonntag um 16 Uhr das Video kommt, dann könnt ihr euch eigentlich fast drauf verlassen, dass nochmal ein großes Video kommt, weil ich irgendwie weg war. Und genau, dementsprechend ist das dann so ein bisschen vielfältiger. Bei mir ist es halt der Sonntag für mich einfach auch am schönsten, weil ich ja sonst unter der Woche immer arbeiten gehe. Und genau, dementsprechend freue ich mich, dass da einfach mein Kanal auch in der Zeit, ich habe in 2017 das erste Mal ein Video hochgeladen. Da habe ich mich hauptsächlich mit den Musikvideos beschäftigt, weil ich damit einfach angefangen hatte. Ich habe Bands besucht und habe dort die Auftritte gefilmt und die lade ich dann immer hoch. So fing es eigentlich an und dann kam Corona und dann fing es an mit den Bastelvideos. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, mein erstes Bastelvideo war Seifegießen. Also dementsprechend, es geht schon eine Weile und ich freue mich sehr, dass einfach Basteln auch so populär mittlerweile geworden ist. Und da einfach so ein bisschen Interesse einfach generell irgendwo ist. Ja, hier, ihr seht schon, alleine das finde ich schon mega. Also dementsprechend ist es für mich schon einfach alleine dafür schon das Ergebnis super. Ich zeige euch natürlich das Ergebnis noch, damit ihr einfach sehen könnt, dass ich nicht gelogen habe, dass das wirklich mega ist. Also versucht da einfach so ein bisschen zu schauen und mit zu genießen. Ich habe jetzt übrigens noch so ein paar Striche nach draußen gezogen, nach drinnen, damit einfach so ein bisschen, ich kann nicht mal sagen, das ist einfach ein Gefühlsding. Mir war es wichtig, das Ganze noch zu machen. Ich versuche übrigens auch immer jedes Schlückchen Harz einfach auch zu benutzen. Das ist einfach eine Chemikalie. Ich möchte nicht so viel einfach in den Müll schmeißen müssen und dementsprechend ist es dann in Ordnung. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt oder falls ihr Feedback geben wollt, gerne einen Kommentar, gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich auch weiterhin über neue Abonnenten. Wir sind über 600 und das ist für mich schon sehr, sehr toll. Ich habe mich hier übrigens beim Inform direkt in die Sonne gesetzt, weil ich dachte, da kommt das Ganze noch viel, viel, viel schöner raus. Ich habe es genau 24 Stunden aushärten lassen. Gerade bei den Endaushärten ist das einfach wichtig für mich, dass ich da halt eben auch nicht wirklich extreme Fingerabdrücke eben dann hinterlasse. So und hier seht ihr jetzt schon, wie toll das glitzert, wie toll das Ergebnis geworden ist und ja, während ihr jetzt noch schauen dürft, wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat das Ergebnis hoffentlich gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Sonntag wieder mit dabei und dementsprechend schon mal bis bald. Tschüss! Tschüss! Ciao! Bye! Untertitelung des ZDF, 2020